Auch die Sprecher müssen sich an das neue Zuhause erst einmal gewöhnen. Umringt von moderner Technik, letzte Proben vor der Premiere. Hinter ihnen werden künftig statt eher kleiner Bilder wesentlich größere Fotos und Illustrationen zu sehen sein. Wir sind jetzt bewusst den Weg gegangen, dass wir den Leuten mit großen Abbildungen bereits einen Teil der Geschichte erzählen wollen. Das heißt, das Bild unterstützt die Informationen, die wir auch im Text geben. Insofern bekommen wir eine Informationsdichte, die höher ist als vorher. Der Aufbau der sogenannten Multimedia-Wand, das Herzstück des Studios. 17,5 Meter, länger als ein Sattelzug. Komplexe Nachrichten, hier sollen sie noch anschaulicher erklärt werden. Die Tagesschau hat sich ja im Laufe der 60 Jahre oder mehr als 60 Jahre, die es hier gibt, immer wieder angepasst. Sie ist immer wieder auch dem Zeitgeschmack entsprechend geändert worden. Wir dürfen einfach nicht zulassen, als alt wahrgenommen zu werden. Vorbei auch die Zeiten, als Moderatoren nur hinter Tischen zu sehen waren. In Sendungen wie Tagesthemen oder Nachtmagazin kommt Bewegung. Hier sollen sich Studio und eben auch die Moderatoren zeigen. Ich als Moderatorin kann sagen, dass ich mich mit am meisten auf dieses Studio freue, weil ich dann nämlich nicht mehr eingezwängt in einen blauen Kasten, Bauchnabel abgeschnitten stehe und versuche Nachrichten zu moderieren, sondern dann bin ich lebendig. Ich bin ganz, ganz Körper. Ich habe Füße, ich kann rumlaufen und mit Händen auch an der Wand etwas erklären. 23,8 Millionen Euro hat das neue Studio gekostet. Das vorgegebene Budget wurde eingehalten. Die nächsten zehn Jahre soll von hier künftig rund um die Uhr gesendet werden. Morgen um 20 Uhr wird sich die neue Tagesschau dann erstmals ganz zeigen. Heute im Studio?